Katzen Katzen Katzen, ihr kennt sie aus Büchern oder ihr habt eine zu Haus. Da fällt mir ein Lied an. Das geht genau so. ABC, die Katze läuft im Schnee. Und als sie nach Hause kam, hatte sie weiße Stiefel. Nein, das geht so nicht. Nein. Weil es geht genauso. Es war einmal eine Katze, die musste klingelt aufs Klo. Das war sie in die eigenen Koffer und machte rein. Ja, dann ging sie raus. Tiefeligerweise lag Schnee. Dann wurden ihre Pfoten halt weiß. Als sie nach Hause kam, sagten sie, die Katze hat weiße Stiefel an. Warum können es denn nicht nicht sein, oder weiter schlafen? Denn es geht's um ABC, die Katze ludelt in den Koffer. ABC, die Katze ludelt in den Koffer. ab. ABC, die Katze ludelt in den Koffer. ab. Was macht sie? Was macht sie? Ich will dich hören. Sie ludelt in den Koffer. ab. ABC, die Katze ludelt rein. ABC, die Katze ludelt rein. ABC, die Katze ludelt in den Koffer. ABC, was macht sie? ABC, sie ludelt in den Koffer. ab. ab. Die K-K-K-K-Katze ludelt in den Koffer. ab. ABC, die Katze ludelt in den Koffer. ab. 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 Untertitelung des ZDF, 2020